Was sind Kindererziehungszeiten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Die Grundregel lautet, für Kinder, die nach 1992 geboren sind, Kindererziehungszeiten sind Zeiten der Erziehung eines Kindes in dessen ersten drei Lebensjahren. Für Kinder, die vor 1992 geboren sind, lautet die Regel, dass für diese Kinder 30 Kalendermonate an Kindererziehungszeiten anerkannt werden. Mit der Kindererziehungszeit entsteht allgemein eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente. Der Fiskus zahlt hierfür die Beiträge. Für die Kindererziehungszeiten gibt es Entgeltpunkte und Wartezeiten. Für jeden Monat der Kindererziehungszeit gibt es 0,0833 Entgeltpunkte. Die Berechnung der Rentenpunkte für die Kindererziehungszeiten und andere Beitragszeiten ist komplex. Nutzen Sie unser Rentenberechnungspaket auf RentenBescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.